Willkommen bei Monster High! Bip, bip, bip! Ist es schon Zeit zum Aufstehen? Hey Leute, wir müssen in die Schule! Los, aufstehen! Ja, wie spät ist es, Frankie? Oh nein, wir sind schon viel zu spät dran! Es ist 7.45 Uhr, wir müssen uns beeilen! Oh nein! Ich gehe zuerst ins Bad, tut mir leid! Nein, ich muss ins Bad! Nein, ich! Ciao! Frankie! Oh, toll! Laura, Laguna, aufstehen! Was soll denn das? Frankie! Ja, ich bin nicht so schnell, Bart! Ich bin ja gleich fertig, Mann! So, Frankie, du machst jetzt die Betten und ich gehe jetzt ins Bad, okay? Ja, ja, okay, okay! Ähm, erstmal musst du aufstehen! Schnell, 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 schnell auf! Ich mache die Betten und du weckst Laguna, ja? Ja, okay! Das sieht ja gut gemacht aus! So, so, ich packe mal die Schulranzen und du machst in der Zeit die Lansch fertig, okay? Ja, okay! Alles klar! Achso, ich muss noch Laguna wecken! So, ich bin fertig! Äh, Laguna, machst du dich jetzt fertig? Ja, ich gehe ins Bad! Mhm! Und hol mal das Boot! Das, äh... Korbmobil! Unser Boot haben wir verloren, nur damit du es weißt! Also, ich hole das Korbmobil! Ja, dann hol das Korbmobil! Schnell! Ich setze mich hier schon mal hin, ne? So, ich bin mit den Schulranzen fertig, die Vase schon wieder umgekippt, du musst mal neues Wasser holen! Ist okay! Okay, Laguna, beeil dich! Wir haben nur noch eine knappe... 10 Minuten! So! Jetzt musst du noch wieder neues Wasser holen! Ja, das regt mich aber auch! Los, Laguna, jetzt komm! So, ich bin fertig! Jetzt können wir das Korbmobil holen! Los geht's! Auf zur Schule! Wuhu! In der Schule! Ach, endlich in der Schule! Hi, Rochelle! Hey, Leute! Äh, ich muss... Äh, zu Claude, ähm... Ja! Hi! Ähm, ich setze mich da mal hin! Ah, zum Glück! Äh, hat der Unterricht schon begonnen? Oh, nein! Okay! Anfang des Unterrichts! So, guten Tag, lieben Kinder! Ähm, wir nehmen heute das Thema Mensch durch! Ende des Unterrichts! Das war das Thema Mensch! Du musst es dir endlich sagen, Claude! Du musst dir auch mal was trauen! Ja, ich weiß, ich, ähm... Ja, okay, ich werde es machen! Mach es einfach! Mhm! Biep, 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 biep! Düd, düd! Hi, Claude! Hi! Ähm, könntest du mal bitte kurz auf den Pausenhof kommen? Ja, okay! Bis gleich! Bis gleich! Ciao! Ciao! Oh nein, der kann doch nicht losmachen! Das hast du gut gemacht! Ja, ich weiß! Ah, das war echt, echt cool! Und ich weiß, dass du es nicht bereuen wirst! Ich auch! Ich bin glücklich mit dir! Lass uns gehen! Hey, Winis! Hey! Weißt du schon, dass Claude mit Laura Schluss gemacht hat? Nein! Echt jetzt? Hm? Mein Bruder kriegt erst mal was von mir zu hören! Düd! Ja, hallo! Claude, wir treffen uns jetzt sofort auf dem Schulhof, damit wir uns verstehen! Ja, okay, dann bis gleich! Ciao! Hast du sie noch alle? Du kannst doch nicht einfach mit Laura Schluss machen! Wieso denn? Hm? Wenn ich sie nicht mehr liebe? Ja, mit Torlei auszugehen, ist noch viel schlimmer! Nein! Wie diese Liebe ich wäre... Weißt du was? Du wirst es noch bereuen! Ich sollte dich lieber nicht ermaten! Am Ende wirst du mir schon glauben! Nee! Glaub mir, Bruderherz, du wirst es bereuen! Nein! Nein! Ding Dong! Warte! Jetzt musst du mal... Warte! So, hier ist jetzt die Wand, damit uns niemand sehen kann! Perfekt! Hi! Hi Frankie! Hi! Komm doch rein! Ja, okay! Wir waren ja verabredet! Also, wir wollten darüber reden! Na ja! Ähm, ja! Okay! Ja, komm rein! Ähm, ja! Also, ähm, ich wollte... Darf ich nochmal kurz mit dir reden, Claudine? Äh... Ähm, klar! Also, ähm, ja, ich... Darüber wirst du jetzt wahrscheinlich nicht euer Freund sein, aber ich hab Claud eingeladen! Was hast du gemacht?! Du weißt doch, dass sie, äh, nicht mehr zusammen sind und... Vergiss es! Ja, das wird jetzt hier alles eskalieren wegen dir! Äh, sorry! Egal! Äh, hey, Claud! Ha! Das war Part 1! Und jetzt? Vielleicht! Asitz gestorelt! Es geht nur! always!